Hallo, wir haben heute schon Dienstag und wir sind gerade am Kloster Michaelstein. Da seht ihr es. Wir sind allerdings nicht hierhin gewandert, wie wir das mal ursprungs vorhatten. Da haben wir uns ja verlaufen. Nee, wir sind jetzt hier mit dem Auto hergefahren und gehen jetzt hier eben um das Kloster herum etwas wandern. Und hier sollen eben auch ein paar Seen sein. Da laufen wir jetzt hin. Kann Eiki vielleicht ein bisschen schwimmen? Da vorne ist der kleine Eiki. Wobei ich sagen muss, die Luft ist so ein bisschen raus. Also, ja, wir waren einfach viele Tage unterwegs und wir müssen halt so ein bisschen langsam machen mit Eiki. Denn, ja, irgendwann ist er halt auch mal K.O. Und gestern haben wir nicht wirklich was gemacht. Gestern war es ganz ruhig. Wir waren gestern zu Hause geblieben, waren einfach nur ein paar Mal Gassi. Und wir haben die Sauna für uns genutzt. Es war gestern jetzt auch nicht zu heiß draußen. Und es hat auch geregnet. Ja, und heute sind wir aber wieder ein bisschen unterwegs. Aber wir wollen Eiki jetzt auch nicht überfordern hier mit jeden Tag riesen Wanderungen. Okay, wir sind hier. Hier sind schon mal die Seen. Die sehen doch eigentlich ganz gut aus. Scheint jetzt auch nicht von Blaualgen befallen zu sein. Eiki, geht schon mal gucken. Boah, das ist aber auch sofort tief. Oder? Und Eiko hat direkt mal und wieder einen Stamm gefunden. Eiki, was hast du da? Oh, ich glaube, der ist ein bisschen groß. Eiki, komm. Komm. Ja, was ist das denn? Ja, jetzt ist er der sauber. Oh, Leute, es ist mir so peinlich. Ich habe gerade herausgefunden, was das für Teiche gewesen sind. Das ist die historische Fischsuchtanlage gewesen. So ein Mist, hätten wir das gewusst, wäre Eiki nicht reingegangen. Okay, Leute, das bitte nicht nachmachen. Diese Seen sind nicht zum Schwimmen gedacht. Aber es war auch kein Verbotsschild dort oder sowas. Und wir haben auch sonst irgendwie vorab keine Informationen dazu sehen können. Das war Zufall, dass wir das herausgefunden haben. Aber es ist uns sehr unangenehm, sehr peinlich. Und hiermit entschuldigen wir uns auch dafür, dass Eiki da bei den großen Karpfen schwimmt war. Ich glaube, was waren das für Fische? Es ist, ja, es war nicht mit Absicht. Damit Eiki nun doch noch ein großes Schwimmvergnügen bekommt, sind wir nach Hüttenrode gefahren zum Blauen See. Da laufen wir jetzt gerade hin. Wir sind da. So, Eiki, jetzt suchen wir erstmal eine Stelle, wo du ordentlich ins Wasser kommst. Hier ist es echt super seicht, das Wasser. Hier fehlt auch ungefähr die Hälfte vom See, weil es so trocken war. Denn normalerweise ist hier auch überall das Wasser. Da schwimmt er. Feini! Aport! Prima! Hallo, wir waren gerade einkaufen. Und zwar erst in Blankenburg bei Zoo & Co. Und dort sind wir allerdings nicht fündig geworden. Denn wir suchen gerade oder haben neue Reisenäpfe für Eiko gesucht, weil Eikos Wasserreisenapf sich irgendwie auflöst. Das ist ja so eine Gummiart, Plastikart, keine Ahnung. Und Eiko trinkt da auch einfach nicht mehr gerne raus. Also er vermeidet es tatsächlich. Das ist nicht so gut. Und deswegen war klar, dass wir einen neuen kaufen müssen. Beziehungsweise haben wir gleich zwei neue geholt. Auch Eikos Futternapf, der alte, der wird wegkommen. Aber in Blankenburg haben wir einfach keine tollen Näpfe gefunden. Wenn, dann gab es immer nur ein Exemplar und nicht zwei von der Sorte. Dennoch habe ich auch in Blankenburg etwas gekauft. Und zwar eine Hundewundertüte. Ja, eine Wundertüte für den Hund bei Zoo & Co. Keine Ahnung, was da drin ist. Das werden wir gleich zu Hause oder in der Ferienwohnung gemeinsam mit Eiko öffnen. Und das hier sind jetzt die Näpfe. Wir sind nämlich im Anschluss dann nach Quedlinburg gefahren und waren jetzt gerade bei Fressnapf. Und auch da gab es nicht wirklich schöne Näpfe. Aber die hier, naja, fand ich jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Sie sind halt aus Edelstahl und naja, die haben 2200 Milliliter Fassungsvermögen. Ich denke, das sollte reichen. Die werden wir auch gleich ausprobieren. Und ich glaube, Eiko wird dann auch wieder gerne aus seinem Napf trinken. Hallo Eiki, wir sind wieder da. Und wir haben hier was mitgebracht. Herrchen versucht es gerade schon sauber zu bekommen. Leider haben diese Näpfe immer diesen bescheuerten Aufkleber in der Mitte. Und man kriegt den so gut wie gar nicht raus. Oh, außer Herrchen, er schafft es direkt auf Anhieb. Gut, aber wir müssen die Näpfe dennoch einmal schrubben, weil die doch sehr verstaubt waren. Aber jetzt schauen wir einfach mal in Eikos Wundertüte rein. Eiki, guck mal. Komm mal mit. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Es ist so dunkel hier. Eiki, ich habe eine Wundertüte für dich. Seht ihr das? Da ist echt eine Menge von allem Möglichen drin. Zum Beispiel haben wir hier einen Knochen. Eiki, sit, bleib. Dann haben wir hier eine Kaustange. Eine Mini-Zahngürste. Eiki, nein. Bleib. Und diverse Leckerchen. Die sehen aber alle eigentlich ganz okay aus. Der Geier hat hier schon vor, bietet mir hier alles an. Halt, halt. Möchtest du vielleicht diese Stange haben? Oh ja, die möchte er. Was für eine Frage, Brauchchen. Hallo Leute, heute ist schon Mittwoch, der 22.8. Und die letzten Urlaubstage konnte ich nicht vloggen, weil meine Vlogging-Cam kaputt gegangen ist. Ich habe es auf Instagram erwähnt und dass mich das doch sehr, sehr traurig gemacht hat. Und deswegen gibt es eben zu den letzten Urlaubstagen keine Video-Ausschnitte. Also, naja, doch so ein bisschen. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, was wir noch gemacht haben. Das war jetzt gar nichts Atemberaubendes. Also wir waren noch einmal auf der Teufelsmauer unterwegs. Dieses Mal bin ich auch wirklich hoch auf den Großvaterfelsen geklettert. Und Herrchen hat unten mit Eiko gewartet. Das war sehr, sehr schön. Eiko hätte nicht mit hochgekonnt, weil es einfach viel zu schwierig geworden wäre für ihn. Also deswegen habe ich das alleine gemacht. Ansonsten waren wir noch in Wernigerode am Schloss und waren auch wieder im Schlosspark spazieren. Diesmal haben wir uns auch nicht verlaufen, weil wir uns einfach mal an die Beschilderung gehalten haben und nicht wieder auf eigene Faust gemeint haben, wir müssten noch einen anderen Weg ausprobieren. Es war auch wieder sehr schön, auch nochmal das Schloss zu sehen in Wernigerode. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr, was wir sonst noch so gemacht haben. Einfach, ja, einfach in Blankenburg noch. Ach, gar nicht wahr. Wir waren sogar noch ein zweites Mal bei den Sandsteinhöhlen in Blankenburg. Genau, das haben wir auch noch gemacht. Und das war es auch. Ja, Leute, wie ihr seht, der Eike liegt hier. Wir kommen gerade von der Arbeit und Fussel ist ziemlich geschafft. Ruht sich hier aus, mein kleiner Süßer. Außerdem ist es heute auch wieder ziemlich warm draußen. Und das, ja, schafft Eike halt immer ein bisschen. Naja, aber wie ihr seht, ich filme ja wieder. Nicht mit meiner alten Kamera. Ja, ich habe keine Ahnung, warum sie kaputt ist. Also ich konnte nicht herausfinden, woran es liegt. Es liegt nicht am Akku, der ist völlig intakt. Keine Ahnung. Aber, Leute, ich konnte auf Ebay eine gebrauchte Canelecria Mini X ersteigern. Also auch die letzte Kamera war schon gebraucht. Diese hier ist auch gebraucht. Und die habe ich, wie gesagt, ersteigert. Die ist noch tiptop in Ordnung. Da ist überhaupt nichts dran. Kein Kratzer, keine Macke, gar nichts. Und ich bin total froh, dass ich sie ersteigert habe. Und dass da nicht jemand schneller war als ich oder mehr geboten hat. Ja, von daher kann es also auf diesem Kanal weitergehen. Ich habe meine geliebte Kamera zurück. Ich werde euch jetzt auch noch mal kurz sagen, was ich so sehr an dieser Kamera liebe. Es ist zum einen die Tonqualität. Da ist ein integriertes Mikro drin, was ich total klasse finde von der Qualität her. Und sie ist einfach klein, handlich, praktisch. Ich kann sie überall mit hinnehmen. Sie nimmt kaum Platz in der Tasche weg, weil man sie auch so schön eben zusammenklappen kann. Und ich drehe ja tatsächlich alle meine Videos mit der Kamera, also die Vlogs hauptsächlich, so mit diesem Weitwinkel. So habt ihr immer einen ziemlich großen Einblick von dem Ort, Raum, wie auch immer, wo ich mich gerade befinde. Aber sie hat halt eben auch diesen ganz normalen Winkel. Damit drehe ich dann eben halt meistens die Sachvideos, die ich so mache. Jo, soviel dazu. Ich werde jetzt an dieser Stelle diesen Vlog hier beenden. Ich habe noch sehr, sehr viel zu erzählen und zu berichten, aber das werde ich im nächsten Vlog machen. Und ihr werdet auch noch feststellen, dass ich hier auf dem Kanal, es wird sich nicht so viel ändern, aber so ein paar Dinge möchte ich thematisch aufgreifen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen auf euch, auf mich, auf uns zukommen. Und auch in unserem Leben verändert sich ein bisschen was, Aiki. Und auch darüber werden wir in den nächsten Wochen berichten. Das Thema beschäftigt uns jetzt schon seit Anfang des Jahres, aber irgendwie habe ich noch nicht den passenden Zeitpunkt gefunden, davon zu erzählen. Das werde ich dann im nächsten Vlog machen. Und bis dahin, meine Lieben, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.